Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute geht es weiter mit den Modulen und vor allem natürlich mit dem Exportieren, Importieren. Da kann man nämlich noch ganz viele andere Sachen machen. Und zwar, was wir jetzt hier machen wollen ist, wir wollen uns hier nochmal mit dem Exportieren befassen. Wir haben hier jetzt, das Pi brauchen wir nicht mehr, das war einfach nur zu Demonstrationszwecken letztes Mal. Was wir hier allerdings gemacht haben ist, wir haben die Klasse Hund exportiert. Das müssen wir aber nicht hier oben schon irgendwie festlegen, sondern das können wir auch hier unten festlegen. Also wir sagen hier einfach Export und Achtung, hier müssen dann geschweifte Klammern drumherum. Export Hund. So, und ja, jetzt sehen wir hier auch, der Fehler verschwindet und wenn ich das Ganze jetzt hier wieder kompiliere, muss ich wieder kurz warten, tut mir leid. Wo ist es? Da ist es. So, wenn ich das Ganze kompiliere, funktioniert alles immer noch wunderbar. Das heißt, ich bin nicht gezwungen, hier oben schon festzulegen, was ich wirklich exportieren möchte, sondern ich kann vielleicht auch für eine bessere Lesbarkeit hier unten Sachen exportieren. Aber ich kann sogar noch viel, viel mehr damit machen. Ich kann auch hergehen und sagen, ich möchte meinen Export umbenennen. Und da kann ich jetzt auch einfach sagen, ich möchte vielleicht Export Hund als, wie möchte ich es nennen, meine Hund Klasse. Kann ich machen. So, und das ist jetzt natürlich irgendwie recht interessant, denn ja, jetzt kann ich hier einfach statt Hund meine Hund Klasse importieren. Meine Hund Klasse. So, und die wird jetzt hier logischerweise nicht benutzt, aber ich kann statt Hund hier einfach überall meine Hund Klasse reinschreiben und das dann wiederum statt Hund benutzen. Also es ist quasi einfach ein anderer Name. Und wenn ich das jetzt hier kompiliere, dann ist im Endeffekt, hat sich nichts geändert, denn ich habe hier einfach nur den Namen sozusagen ausgetauscht und es funktioniert alles immer noch genau gleich. Ich kann das ganze Ding aber auch, Sekunde, so. Ich kann das ganze Ding aber auch immer noch als Hund benutzen, weil ich habe es ja hier auch als Hund exportiert. Und ich kann hier in meinem Import das Ganze auch umbenennen. Umbenennen. Das funktioniert genauso. Das heißt, ich kann einfach sagen, zum Beispiel statt Hund als H. So, jetzt sehen wir natürlich, hier kriege ich gleich wieder einen Fehler, weil H kennst ja nicht mehr. Und ich habe ja hier Hund gerade umbenannt in H. Das heißt, wir haben hier einfach nur noch ein H stehen und wissen eigentlich auch nicht mehr, was es ist. Aber man kann natürlich auch beim Importieren das Ganze umbenennen, indem man einfach schreibt als bla bla bla. Wenn man zum Beispiel sehr, sehr lange Namen hat, weil es vielleicht eine Unterklasse von der Unterklasse von der Unterklasse ist und immer spezifischer wird, dann kann man das Ganze vielleicht auch irgendwann mal abkürzen und muss nicht ganz so viel schreiben. Und das ist natürlich trotzdem sehr sinnvoll. So, ich mache das Ganze jetzt hier mal wieder rückgängig. Und hier, ja, das können wir eigentlich lassen. So, man kann nun auch hergehen und sagen, man möchte mehr als nur eine Sache exportieren. Das bedeutet, ich kann hier auch hergehen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben wieder mein P habe oder sonst irgendwas, kann ich einfach sagen, ich möchte mehr als nur eine Sache exportieren. Und dann gehe ich her und gehe in eine andere Datei. Erstmal importiere ich alles, was ich haben möchte. Und dann kann ich hier unten hergehen und kann auch wieder sagen, okay, so und jetzt exportiere ich wieder mal. Und zwar export alles von und dann sage ich einfach, welche Datei ich hier haben möchte. Das heißt aber im Endeffekt, zum Beispiel .shund, das heißt, wenn ich jetzt hier main.typescript auch wieder importiere, also in einem anderen Script wird dann hier zum Beispiel import, ja eben main.typescript hier hinten angegeben, dann habe ich jedes Modul, was ich hier aus Hund, also was ich hier unten im Prinzip wieder als Export angegeben habe, habe ich hier auch wieder als Import zur Verfügung. Das heißt, wenn ich main.typescript importiere, kann ich hier auch wieder alles auswählen. Also Hund wird eigentlich nicht mehr importiert. Ich mache es gerade mal kurz in dem mein erstes Script, warum noch nicht. Ist jetzt leider ein bisschen kleiner hier. So, jetzt kann ich hier einfach hergehen und kann sagen, import Hund from, Achtung, und jetzt main. Das funktioniert genauso, weil ich jetzt hier alles exportiert habe auch wieder. Gut, das wird es natürlich nicht finden können. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, auch hier wieder den Hund aus main zu importieren, auch wenn ich eigentlich gar nicht den Hund hier definiert habe, sondern den Hund eigentlich in Hund.typescript definiert habe. Einfach nur, weil ich hier unten natürlich auch einen Export gemacht habe. Und in dem Fall habe ich auch wirklich alles von Hund wieder exportiert hier. Das heißt, ich kann auch alles wieder aus main.typescript benutzen. Das ist sehr sinnvoll, wenn ich zum Beispiel einfach eine Bibliothek schreiben möchte und dann sage, hier, das könnt ihr importieren, das, 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 100 Sachen, die man importieren kann. Dann schreibe ich einfach Export alles von bla 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 und dann habe ich eine Sammlung. Da muss nur eine Datei hier bekannt sein und aus der kann ich alles importieren. Was natürlich sehr, sehr hilfreich ist, warum das Ganze hier allerdings einen Fehler gibt, ist was anderes und zwar, klar, dieser Hund hier konfligiert mit diesem Hund hier. Das heißt, ich habe hier einfach zweimal Hund definiert, deswegen gab es hier jetzt einen Fehler, ist aber nicht so wild. Ja, und das ist natürlich auch nun mal sinnvoll zum Strukturieren. Wenn ich jetzt allerdings hier unten auch einen Export bla 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 von einer anderen Datei machen kann, also hier from angeben kann, dann kann ich hier vorne auch statt allem zu exportieren, kann ich auch hergehen und sagen, ich möchte ganz gerne Hund exportieren von dem Modul Hund, also von Punkt-Hund und zwar als was anderes, als mein Hund. Und plötzlich heißt dieser Export aus Main.TypeScript mein Hund und der Export aus Hund heißt plötzlich Hund. Gut, aber eigentlich meint beides genau dasselbe. Achtung, hier muss man natürlich immer vorsichtig sein, was man genau hier exportiert und dass man nicht irgendwie Bullshit macht, dass nicht einfach alles total bescheuert ist, aber ich kann natürlich hier auch Sachen überschreiben und kann dann zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich definiere jetzt hier einfach den Export von dem Hund als ein anderer Name und habe hier drin zum Beispiel eine Unterklasse davon. Und dadurch habe ich dann wieder die Möglichkeit, Leute zu zwingen, gerade wenn sie dieses Modul Main.TypeScript benutzen, eine Unterklasse von Hund zu benutzen, zum Beispiel Dalmatina, aber sie merken es eigentlich gar nicht. Da kann natürlich viel bei schief gehen, da muss man immer sehr vorsichtig bei sein, aber es kann einen auch durchaus sehr, sehr das Leben erleichtern. Okay, das ist jetzt so das Spezielle mal dazu gewesen. Nächstes Video habe ich trotzdem nochmal was mit Exports und so weiter und ja, dann war es das glaube ich auch schon wieder mal. Schauen, wie weit ich nächstes Mal komme. Wir hören uns dann. Bis dann. Ciao.